Alles, was ich weiß, ich verstehe nicht, wo wir stehen, sondern super beeindruckt. Wo ist kein Konrad, ich muss kein Konrad, ich muss kein Konrad, ich muss kein Konrad, ich muss kein Konrad sein. Ich muss ja nichts treffen, wo ich das angehe. Okay, ich muss mal anders angehen. Super! Rett die Kamera nicht nur. Ja, da geht mal nicht die andere Richtung. Hahahaha! Wollt ihr drei Minuten mehr? Oh! Nein, nein. Oh, da hast du beharrt jetzt ein bisschen. Ich glaube nicht. Nein, das ist zu viel Sonne. Nein, ich habe gerade immer süß geschmeidet. Die Füße runterhängen, ein Bier. War urmühsam, da immer drüber. Das war beim März. Wo wir als Nächster waren. Wo wir als Nächster waren. Wo wir als Nächster spielen können. Da waren wir an der anderen Seite. Erst gespielt. Schau, gemütlich. Treffer. Jetzt mal Bier. Ah ja, das waren, was du schon rauskriegst. Ich gebe ein Jaß noch was. Ja. Ja. Hast du was da gesagt? Fuck! Wo hast du die Video-Seite zu ziehen? Ja. 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 Du musst den anderen schon wieder spielen. Nein, das glaube ich nicht. So schnell geht das nicht. Aber jetzt gibt es ein Video-End. Das kannst du jetzt anschauen. Genau. Kannst vom Besten lernen. Ja, das war. Bei mir war dann die CPU-Verhinter, wo man die Grafik rauskriegt hat. Ja, genau. Bei mir war dann die CPU-Verhinter, wo man die Grafik rauskriegt hat. Ist ja noch ohne da angelaufen. Ja, genau. Das ist eine komische Schreie, und so um die Grafik. Das ist so natürlich. Das ist so natürlich. Das ist jetzt das Game Over? Nein, das ist nicht. Das müsste jetzt gleich kommen. Das war beim zweiten. Das war beim zweiten. Das war beim zweiten. Weil da war ich noch nicht so fertig. Oh ja, sicher. Und wie drückt. Der ist Game Over. Der ist Game Over. Der ist Game Over. Da war einer. Da hat man an einem Filmkrieg gezaukt. Kein Game Over. Game Over. Und Peter Reggio. Es tut da war auf.